Hallo, da bin ich wieder. Vorerst zum letzten Mal, da die Mastering-Serie mit diesem Video endet. In der letzten Folge hatten wir die einzelnen Songs des Albums klanglich bearbeitet mit einer Plug-in-Kette. Es fehlt jetzt eventuell noch die klangliche Abstimmung der Songs untereinander. Wenn also zum Beispiel ein Song im Bassbereich schlanker klingt als die restlichen oder einem anderen die Seidigkeit in den Höhen fehlt, dann optimiert man dies mit dem Post-EQ, hier, dem letzten Glied in der Plug-in-Kette der Songkanäle. Das ist zum Beispiel so ein Post-EQ oder ein anderer. Nun geht es noch darum, die Anfänge und Enden der Songs zu überprüfen, gegebenenfalls ein- und auszufäden, sie auf die finale Loudness zu bringen und im richtigen Format zu exportieren, um sie anschließend auf eine Pre-Master-CD zu brennen. Das ist unsere heutige Agenda. Bei den Mixes hatten wir schon darauf geachtet, dass am Anfang und Ende etwas digitale Stille vorhanden ist. Diese können wir nun entfernen, am besten nicht durch einen harten Schnitt, sondern durch Fades, die wir direkt durch Ziehen am Event einstellen können. Die Fades an der linken Event-Grenze sollten nur ganz kurz sein und nicht in den Hör- oder sichtbaren Signalanfang hineinreichen. Es sei denn, wir wollen noch Störgeräusche oder Rauschen vor der Musik entfernen. Das mache ich jetzt mal ein bisschen vor. Zeit vergrößern und Event vergrößern, da sehen wir das besser. Hier vorne ist also digitale Stille. Das können wir noch ein bisschen kürzen und dann mit einem kurzen Fade hier einblenden. Das Songende kann man durchaus etwas länger faden. Auch das mache ich mal hier vor. Hier haben wir also das Songende. Hier sehen wir die digitale Stille am Ende, dieser Strich. Die schneiden wir wieder ein bisschen ab. Und dann können wir das Songende hier zum Beispiel ausfaden ein Stück. Und wenn wir hier doppelklicken über der linearen Fader-Kurve oder Fade-Kurve, dann kommen wir in den Fade-Editor und können hier auch noch die Kurve des Fades, des Fade-outs hier wählen, zum Beispiel diese hier. Welche Kurve wir wählen und wie lange wir ausblenden, ist natürlich Geschmackssache. Manche Songs ohne festes Ende werden über mehrere Takte ausgeblendet. Bei anderen wenden wir einen Fade nur an, um die Hallfahne oder den Raumausklang schön gleichmäßig auszublenden. Das kann man natürlich nur sauber machen, wenn man in das Ende hinein hört und die optimale Fade-Kurve und Länge wählt. Wollen wir hier mal machen. Hier haben wir am Schluss nur noch Meeresrauschen und Möwen. Und das soll jetzt schön gleichmäßig ausgefädelt werden. Das ist auf jeden Fall zu kurz. Hoppla. Machen wir das mal ein bisschen länger. So. Mal schauen, wie es jetzt klingt. Ja, das kann man sicher noch ein bisschen feiner abstimmen oder auch mal eine andere Fade-Kurve wählen. Das will ich hier jetzt nicht machen. Das ist natürlich eine Sache, mit der man sich ein paar Minuten mit jedem Song beschäftigen sollte. So, dann werde ich erstmal hier wieder in die normale Ansicht zurückgehen. Das machen wir natürlich jetzt mit jedem Song, will ich hier jetzt im Einzelnen nicht vorführen. Bisher haben alle Songs die gleiche Lautness. In unserem Mastering-Beispiel ist das die Arbeitslautness minus 20L UFS. Mit der haben wir angefangen. Beim Bearbeiten der Songs haben wir darauf geachtet, die Lautness durch Level-Anpassung konstant zu halten, sodass bearbeitete Songs und unbearbeitete Originale gleich laut klingen. Erst das hat uns dann ermöglicht zu beurteilen, ob die Klangbearbeitung zu einer Verbesserung führt. Nun, da alle Songs bearbeitet sind, stellen sich zwei Fragen. Erstens, sollen die Songs verglichen miteinander wirklich gleich laut bleiben? Und zweitens, auf welches endgültige Lautness-Level wollen wir das Album eigentlich bringen? Zu Frage 1. Man sollte denken, dass ein Album homogen klingt, wenn die Songs alle gleich laut sind. Allerdings ist das nicht immer so. Eine intime akustische Ballade und ein krachender Rocksong auf demselben Album mit gleicher Lautness passen nicht unbedingt zusammen. Es wirkt nicht besonders realistisch, wenn sich die Ballade so anhört, als ob die Musiker im Wohnzimmer des Hörers sitzen, während der Power-Rock-Song auf einer Bühne auf der gegenüberliegenden Straßenseite präsentiert wird. Es ist deshalb manchmal sinnvoll, Songs, die intimer klingen sollen, um 1-2 LU oder auch DB abzusenken. Ihr solltet euch euer Material daher noch einmal anhören und gegebenenfalls diese Absenkung bei einzelnen Songs vornehmen. Ob ihr dabei die Event-Lautstärke, die ihr hier oben in der Infoleiste findet, reduziert oder im Mixer den Fader des Kanals, in dem der Song ist, etwas hinunterzieht, ist eigentlich egal. Zu Frage 2. Welche Lautness soll das Album haben? Das ist eine Frage, die sich nicht so einfach beantworten lässt. Wenn ihr, wie ich, der Meinung seid, dass der Loudness-War in die Irre führt, dann habe ich folgende Tipps und Argumente für euch. Ist das Endprodukt eine CD, so bestimmt der Endverbraucher die Lautstärke, die er hören möchte. Hier seid ihr eigentlich völlig frei in eurer Entscheidung und unabhängig vom Konkurrenzdruck. Dann könnt ihr die volle Dynamik erhalten, wenn ihr wollt, indem ihr die Lautness so einpegelt, dass der True Peak Level etwa minus 0,5 dB erreicht. Der Limiter im Masterboost dient dann nur als Sicherheit, falls doch noch mal ein Peak etwas höher liegt. Der Vorteil, die Transparenz, die Frische und Knackigkeit der Transienten bleibt voll erhalten. Eure Musik kann atmen. Ein grober Anhaltspunkt. In den meisten Musikgenres, die nicht extrem komprimiert sind, kann man einen Lautnesspegel von minus 16 bis minus 14 LUFS fahren, ohne dass der Limiter ständig anspricht. Der Nachteil? Leider wird eure Musik eben nicht nur auf dem CD-Player angehört. Der Verbraucher wandelt sie in MP3-Files um oder lädt sich die MP3-Variante eures Albums herunter, um es auf seinem Computer, MP3-Player oder Smartphone anzuhören. Er stellt Playlists mit Tracks verschiedener Alben zusammen, mit Songs, die also unterschiedlich laut sind. Dann kann euer minus 16 LUFS-Song gegen andere, heißer gemasterte, nicht ohne weiteres bestehen. Ein Ausweg ist, zwei Versionen anzubieten. Die MP3-Version zum Download und die audiophile Version auf CD oder sogar in einem hochauflösenden Lossless-Format. Ihr könnt aber auch einen Kompromiss eingehen. Ihr erhöht die Lautness soweit, dass euer Album konkurrenzfähig bleibt, ohne hörbar an Audioqualität zu verlieren. Bei Rock- und Popmusik liegt die Grenze abhängig vom Material bei minus 12 bis maximal minus 10 LUFS. Bei EDM und Metal gehen manche sogar bis minus 8 LUFS. Oberhalb dieser Grenze verschlechtert sich der Klang aber fast immer merklich. Wo findet ihr eure Kompromissgrenze? Nun einerseits natürlich durch genaues Hinhören. Sobald ihr Verzerrungen hört, der Punch in die Knie geht, der Attack der Snare nicht mehr zu hören ist oder die Lautstärke zu pumpen anfängt, überschreitet ihr die Grenze. Es gibt aber noch ein Hilfsmittel, das euch die Entscheidung erleichtern kann. In einem guten Loudness-Meter wie dem sehr empfehlenswerten Toneboost des EBU-Loudness, das schalte ich mal hier ein, gibt es eine Anzeige des Peak-to-Loudness-Ratios, kurz PLR hier. Ich habe mal hier einen Song komplett durchgemessen. Da seht ihr also die Gesamt-Loudness liegt bei etwa minus 20 LUFS, genauer ein bisschen höher, aber das macht hörbar nichts aus. Der True-Peak-Pegel ist noch weit von Gut und Böse entfernt, also weit weg von der Clipping-Grenze bei minus 3,6 dB und der Peak-to-Loudness oder das Peak-to-Loudness-Ratio beträgt hier 16,2. Das bedeutet, der Unterschied zwischen den Peaks, den Transienten und der durchschnittlichen Lautness ist 16,2 dB oder eigentlich genauer LU. Das ist sehr dynamisch. Diese Zahl ist ein sehr gutes Maß für die Mikrodynamik. Schaut sie euch bei den Songs an, solange der Peak-Pegel noch nicht durch einen Limiter begrenzt wird. Das ist hier der Fall mit minus 3,6. True-Peak sind wir noch weit weg von der Limiter-Begrenzung. Wenn ihr nun die Loudness erhöht, fängt der Brick-Wall-Limiter im Masterbus zunächst nur wenige Spitzen ab und arbeitet dann immer stärker, sodass er fast alle Transienten kappt. Dadurch wird die Peak-to-Loudness-Ratio entsprechend reduziert, die Dynamik also verringert. Das kann den Klang verschlechtern. Zeigt das Reduction-Meter des Limiters im Maximum 2 bis 4 dB an, so reduziert sich die Dynamik um diesen Betrag. Das ist für viele Musikstile noch sehr akzeptabel. Bei einem guten Limiter werdet ihr wahrscheinlich keine Verzerrungen und kein Pumpen hören. Wir kommen gleich darauf. Ihr müsst dann entscheiden, ob die Verringerung der Transienten für euch klanglich akzeptabel ist oder nicht. In unserem Beispiel will ich keine Komprimisse eingehen. Das Album enthält Songs, die eher aus der Folk-Rock- und Pop-Ecke kommen und recht dynamisch sind. Diese Dynamik will ich nicht nennenswert beschneiden. Ich mastere das Album deshalb auf minus 14 LUFS. Das kann man auf verschiedene Weisen machen. Am einfachsten ist es, wenn ihr einen Limiter habt, der einen Input-Regler besitzt, wie zum Beispiel hier der FAB-Filter Pro L. Da die Lautness bisher 20 LUFS beträgt, muss ich sie um 6 LU, das entspricht 6 dB, erhöhen, um auf minus 14 LUFS zu kommen. Das mache ich mal lieber hier durch direkte Eingabe der Zahl. So, der Pegel wird also um 6 dB angehoben und entsprechend werden die Transienten beschnitten. Dazu muss ich den Limiter natürlich einschalten und den Output auf den Wert begrenzen, den ich haben will. In meinem Fall minus 0,5 dB true peak. Also gebe ich hier in das Zahlenfeld ein minus 0,5. Wenn wir einen Limiter ohne Input-Regler verwenden, wie den Brickwall-Limiter von Cubase, den schalte ich mal hier ein. Der hat also keinen Input-Regler. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, die Lautness vor dem Limiter zu erhöhen. Wir können zum Beispiel den Master-Fader hier hochziehen. In unserem Fall müsste das um 6 dB sein. Dann sind wir aber auch schon am Anschlag. Dabei muss der Limiter allerdings in den vorletzten Slot eingeschleift sein, in Slot 7. Denn nur dieser und der letzte, also 8, liegen im Signalfluss hinter dem Feder, also Postfeder. In jedem anderen Slot, also oberhalb von 7, würde der Limiter gar nichts von der Pegel-Anhebung mitkriegen und das Signal würde heftig klippen. Der letzte Slot, also 8, ist übrigens für das Dither-Plugin bestimmt, das noch hinter dem Limiter liegen muss. Dazu kommen wir dann später. Ich persönlich mag den Master-Fader nicht so gern zur Lautness-Anhebung benutzen, weil wir da auch schnell an eine Grenze kommen. Soll unser Master lauter als die geplanten minus 14 LUFS sein, also bei Rock zum Beispiel, dann reicht die maximale Anhebung hier nicht aus. Wenn man mehr Gain braucht, um auf einen entsprechenden Lautness-Level zu kommen, der für harte und laute Musikrichtungen optimiert ist, dann könnte man auch die Gain-Vorstufe des Master-Kanals benutzen. Die müssen wir allerdings jetzt mal, die Ansicht müssen wir erstmal einschalten. Wir haben also hier den Eintrag Pre-Filter-Gain-Phase. Und da sieht man hier einen Gain-Regler, den kann man jetzt entsprechend nach oben ziehen und der, da kann man also ziemlich viel rausholen, wenn man will. Das ist deswegen hier erlaubt, weil wir im Master-Bus keinerlei klangbearbeitende oder dynamische Plugins benutzen, außer dem Limiter. Würden wir hier Mastering-Plugins einsetzen, dann würden die hier total übersteuert und das würde ganz grauenhaft klingen. Ich setze das jetzt mal wieder zurück, weil ich finde, es gibt eine bessere Möglichkeit, als dieses Gain zu benutzen. Oder sagen wir besser, es gibt eine Möglichkeit, die mir persönlich lieber ist. Ich sollte ehrlich sein. Und das ist ein Gain-Plugin von einem externen Hersteller zu benutzen. In unserem Fall ist das ein Freeware-Tool von BlueCat Audio. Ich schalte in der Videobeschreibung eingeführt. Wenn ihr keine Lust habt, ein Gain-Plugin herunterzuladen, auch wenn es hier in diesem Fall kostenlos ist, dann könnt ihr alternativ auch ein von Cubase mitgeliefertes Plugin benutzen, das einen Gain-Regler hat und bei diesem eben nur den benutzen und den eigentlichen Effekt nicht aktivieren. Das ginge zum Beispiel mit dem Multiband-Kompressor, wenn man alle Bänder abschaltet und nur den Output-Regler anhebt. So, ich muss jetzt erstmal noch den Limiter einschalten, damit das nicht übersteuert mit dem angehobenen Gain. Bevor wir uns jetzt das Ergebnis anhören, müssen wir erst die Abhör-Lautstärke unserer Monitore anpassen, denn wir haben ja bereits die optimale Lautstärke eingestellt, bei der wir mastern. Wenn wir die Loudness um plus 6 dB oder um 6 LU anheben, hier mit diesem Gain-Plugin, sollten wir also die Abhör-Lautstärke um 6 dB reduzieren, damit unsere Trommelfälle nicht platzen. Natürlich machen wir dies nicht am Masterfeder. Am besten auch nicht an der Hardware, denn in der Regel ist der Volumenregler für die Monitore nicht sehr präzise skaliert, jedenfalls bei den meisten Audio-Interfaces oder gar in dB gerastert. Es sei denn, ihr habt einen sehr guten, dezidierten Monitor-Controller mit ablesbarer Volumenskala. Am einfachsten geht die Anpassung direkt im Control Room. In unserem Fall stellen wir den Volumenknopf einfach auf minus 6 dB oder tippen das hier ein. Damit haben wir die Lautness-Anhebung in der Lautstärke kompensiert und der gemasterte Song klingt immer noch gleich laut wie der ursprüngliche. Noch besser ist, wir können diesen Wert jetzt speichern und zwar als Referenz. Das geht hier, Referenzpegel verwenden. Wenn wir mit gehaltener Alt-Taste draufklicken, wird dieser Wert gespeichert. Anschließend geben wir hier nochmal am Volume-Knopf den Wert 0 ein. Wenn wir jetzt auf die Schaltfläche Referenzpegel verwenden, wird die Lautstärke um 6 dB abgesenkt und wenn wir das wieder ausschalten, kommen wir wieder auf 0. Wir können also mit zwei Klicks hin und her schalten zwischen dem minus 14 LUFS-Pegel und dem minus 20 LUFS-Pegel. Der erste Klick schaltet die Lautness-Anhebung aus hier im Gain-Plugin und hebt die Abhör-Lautstärke an, indem wir wieder hier auf 0 gehen. Jetzt haben wir also wieder quasi die ungemasterte oder nicht-Lautness-Kompensierte, nicht-Lautness-Angehobene Version. Wenn wir die Lautness-Angehobene Version hören wollen, dann schalten wir die Lautstärke erstmal um 6 dB zurück und schalten dann das Gain-Plugin ein. Auf diese Weise können wir das Ergebnis der Lautness-Anhebung mit dem Zustand vorher vergleichen, ohne dass sich die Abhör-Lautstärke ändert. Das macht man allerdings besser bei gestoppter Wiedergabe. Wenn man die Reihenfolge nämlich falsch drin hat, dann geht die Lautstärke dann plötzlich um 6 dB hoch und da wir schon sowieso bei relativ kräftigen Abhör-Pegel hören und mastern, könnte das dann zu viel sein. Ich demonstriere das jetzt mal an einem Song-Beispiel. Wir haben jetzt das Gen entsprechend um 6 dB angehoben und unseren Limiter eingeschaltet. Der begrenzt hier auf minus 0,5 dB True Peak und das hört sich dann so an. So, ohne Lautness-Anhebung und wieder mit der um 6 dB erhöhten Abhör-Lautstärke sollte es dann gleich laut klingen. Jetzt müssen wir natürlich noch die Parameter des Limiters korrekt einstellen. Beim Brickwall-Limiter von Cubase ist das ziemlich einfach. Den Threshold stellt ihr auf minus 0,5 dB, hier schon geschehen, falls ihr das Album ausschließlich auf CD veröffentlichen wollt. Bringt ihr es auch in einem verlustbehafteten Format wie MP3 heraus, dann ist die Gefahr von Interleaved Sample Peaks höher. Hier empfiehlt sich ein Wert von minus 1 dB als Threshold. Die Release-Zeit sollte ziemlich kurz sein. Falls ihr Verzerrungen hört, dann erhöht sie auf 20 bis 40 Millisekunden. Ich führe diesmal vor, indem ich den Pegel erheblich anhebe, also mehr als die 6 dB. Zum Beispiel gehen wir mal hier auf 10 dB. Und Vorsicht, ich kompensiere das jetzt nicht um 10 dB, sondern eben nur um die voreingestellten 6 dB. Dreht eure Anlage also ein bisschen leiser, falls ihr die jetzt sehr laut habt. So, also ich habe jetzt mal hier eine Anhebung von 10 dB gemacht und dann hören wir mal rein, wie sich der Limiter so anhört. Vielleicht hört ihr es. Das gibt schon erste Verzerrungs-Artefakte. Ich mache das noch mal ein bisschen lauter, damit man das noch besser hört. Da ist ganz deutlich, also das ist schon extrem verzerrt. Und das, obwohl das ja ein Brickwall-Limiter ist, also gar kein Clipping zulässt. Das sind jetzt Interleaved Sample Peaks, die hier durch die Wiedergabeanlage bei euch wahrscheinlich auch zu hören sind. Ja, was machen wir denn mal? Versuchen wir mal, die Release-Zeit etwas zu erhöhen und ob das irgendwas bewirkt. Das reduziert offenbar die Verzerrungen, macht aber etwas anderes. Man hört nämlich jetzt, dass der Klang insgesamt pumpt. Ich fahre die Release-Zeit mal noch weiter hoch, damit er das deutlicher hört. Der Pegel schwillt also kurzzeitig an oder schwillt wieder ab. Also hat so eine Art Wellenbewegung nach jedem Peak. Ja, das sieht man. Lautness-Anhebung hat ihre Grenzen. Zumindest hier beim Cubase-Limiter. Da gehen wir mal lieber wieder auf 6 zurück und dann können wir auch wieder eine kurze Release-Zeit nehmen. Von, was weiß ich, 5 Millisekunden. Und das hört sich dann so an. Jetzt kommt er auch gar nicht ins Arbeiten. Ab und zu mal fängt er einen Peak ab. Und das hört man auch nicht. Das ist völlig sauber. Der Cubase-Brickball-Limiter ist sicher nicht schlecht für moderates Limiting. Für sehr heißes Mastering sollte man aber einen dezidierten Mastering-Limiter verwenden. Ich zeige euch das jetzt mal am Fab-Filter-Limiter und schalte zunächst einmal diesen hier aus. Ebenso die Gen-Anhebung, weil der Fab-Filter hat seine eigene Gen-Anhebung. Den habe ich hier schon mal auf 6 dB Gen-Anhebung gestellt. Und den True-Peak fangen wir wieder bei minus 0,5 dB ab. Und dann hören wir mal rein, was das in der Standard-Einstellung bringt. Hört sich genauso sauber an wie mit dem Cubase-Limiter. Jetzt fahren wir das Ding aber mal heiß. Jetzt sind wir bei den 12 dB, bei denen der Cubase-Limiter total verzerrt hat, ohne dass wir hier eine Optimierung vorgenommen haben. Es steht hier noch auf All-Round. Check- und Release-Zeit sind hier nicht von Relevanz, weil das sind eigentlich ganz andere Zeiten als bei diesem Limiter. Das sind eher die zusätzliche Kompressorstufe, die da drin ist. Also, wenn ihr einen Song sehr heiß mastern wollt, dann solltet ihr auch einen guten, dezidierten Mastering-Limiter haben, wie diesen hier zum Beispiel. Bei 6 dB-Anhebung, wie wir es in unserem Fall hier haben, ist es eigentlich egal, welchen Limiter wir verwenden. Das geht auch noch gut mit dem Cubase-Brickwall-Limiter. Ihr solltet, dabei habe ich aber vergessen, noch zwei Einstellungen überprüfen. Zunächst einmal sollte hier der Link-Knopf gedrückt sein. Der verbindet linken und rechten Kanal. Dann gerät die Mischung nicht aus der Stereo-Balance, wenn mal von links ein heftiger Beckenschlag reinknallt. Und ganz wichtig hier, Detect Inter-Sample-Clipping. Da versucht er also, Interleaved-Sample-Peaks zu vermeiden. Gelingt ihm längst nicht so gut wie dem Fab-Filter, Limiter, aber ohne diesen Knopf würde das noch viel schlechter klingen. Nun fehlt noch eine letzte und ganz wichtige Bearbeitung. Weil wir vom 32-Bit-Float auf 16-Bit für die CD heruntersampeln, müssen wir ein Dither-Plugin als letztes Glied der Kette einschalten. Was macht dieses Dither? Es ermöglicht eine genauere Abbildung des Signals im Bereich sehr kleiner Pegel, die im untersten Bit nur ein statistisches Schwanken zwischen Null und Eins erzeugen. Also etwa in der Ausklinkphase eines Klangs, in subtilen Raumanteilen und so weiter. Dazu wird einfach ein speziell geformtes Rauschen beigemischt bei sehr niedrigen Pegel, das man also praktisch nicht wahrnehmen kann. Dieses Rauschen moduliert die durch die gröberen Stufen der 16-Bit-Quantisierung entstandenen Fehler, die sich als ganz diskrete harmonische und Intermodulationsverzerrungen im Frequenzspektrum äußern. Diese Quantisierungsfehler werden durch das leichte Rauschen, das wir beimischen und das sehr viel unauffähliger und transparent ist, quasi ersetzt. Durch das Dithern kann man quasi durch das tiefste Bit hindurch in Klangbereiche hineinhören, die eigentlich durch die gröbere Stufung abgeschnitten wurden. Klingt wie Zauberei, funktioniert aber. Ohne Dither würde man in diesem Bereich nur eine grobe Körnigkeit des Signals, also dieses genannte Bit-Rauschen, hören und nichts mehr von den Schallanteilen, die unter diesem letzten Bit lagen. Steinberg hat ein sehr gutes Dithering-Plug-In, das UV-72 von Apogee. Lass es am besten bei der Grundeinstellung High. Ich halte es mal ein. Dann seht ihr auch hier ein leichtes Rauschen, kaum zu sehen. Bei minus 78 dB liegt das ungefähr. Wenn es euch dennoch zu laut erscheint, aber das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dann könnt ihr die Einstellung Low wählen. Da wird es nochmal um 6 dB abgesenkt. Allerdings ist die Low-Einstellung nicht so effektiv bezüglich des Ditherings, also des Abbildens sehr, sehr kleiner Signale an der untersten Schwelle. Die Einstellung AutoBlack schaltet den Dither-Algorithmus in den Songpausen oder bei Stehen der Wiedergabe aus. So hören wir sie nur, wenn wirklich ein Signal hineingeht und dieses Signal, also der Song, überlagert natürlich das Dither-Rauschen sofort, weil er meistens einen sehr viel höheren Pegel hat. Die wichtigste Einstellung ist natürlich die Bit-Tiefe. Da wir von 32 Bit Float auf 16 Bit herunterquantisieren wollen, müssen wir das hier auf 16 Bit einschalten. Ich persönlich arbeite lieber mit dem FabFilter-Limiter, ist wie gesagt wirklich der bessere Limiter. Und da muss ich mich auch um Dithering gar nicht kümmern. Hier muss also kein Dithering Plug-In einschleifen, weil der hat ein eingebautes. Da stellt man hier einfach ein 16 Bit und gut ist. Man kann hier noch unter Noise Shaping einstellen, wie die Geräusche im Spektrum angesiedelt werden, wie das Rauschen angesiedelt wird. Und der Optimized bedeutet das, dass es in einem Bereich am Rande des oberen Hörspektrums angeordnet ist, sodass man das eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen kann. So, nun bleibt nur noch eins. Die Songs mit den Einstellungen zu exportieren. Das geht so. Erzeugt zuerst mit eurem Betriebssystem einen neuen Ordner, in den die Songs exportiert werden sollen, am besten mit Albumtitel und der Beschreibung 16 Bit im Namen. Klickt jetzt in der Projektansicht auf das Event des ersten Songs und drückt dann die P-Taste. Das setzt die Lokatorin automatisch auf die Songgrenzen. Öffnet das Exports-Fenster. Gebt natürlich hier euren Songnamen an. Hier sucht ihr den Ordner, in dem ihr die Songs für das Album im 16 Bit Format sammelt. Als Dateiformat wählt ihr natürlich Wave. Die Sample Rate bleibt bei 44,1 Kilohertz und die Bit Tiefe jetzt wird auf 16 Bit gesetzt. Wie gesagt, Dither ist jetzt eingeschaltet. Das ist wichtig. Dann wählt als Ausgang den Stereo-Out nicht den Kanal der einzelnen Songs, sondern den Stereo-Out und klickt dann auf Exportieren. Dann wird der Song in den Album-Ordner exportiert. Das macht ihr natürlich jetzt mit allen anderen Songs auch und so weiter und so fort. Ihr müsst keine Angst haben, dass auch die Original-Songs oder die Referenz-Songs mit exportiert werden, denn diese sind ja nicht auf den Stereo-Bus, also auf den Master-Bus geroutet, sondern auf ihre eigenen Cue-Send-Erwege. Deshalb hört man wirklich nur den Song, den ihr gerade ausgewählt habt. Zu guter Letzt importiert ihr die Songs in ein Brennprogramm eurer Wahl, am besten eines, in dem ihr auch die Pausenlängen zwischen den Stücken einstellen könnt und brennt eure Premaster-CD. Diese könnt ihr dann vervielfältigen lassen oder selber in kleiner Auflage kopieren. Am besten ihr macht auch ein Disk-Image, das ihr auf eurer Festplatte speichert. Von dem könnt ihr dann immer Discs brennen, ohne eure Premaster-CD einlegen zu müssen. In der Videobeschreibung nenne ich einige Freeware-Programme, die alle Arbeiten für euch erledigen können. So, das war's. Ein langer Videoblog geht zu Ende. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass er so umfangreich werden würde, aber es gibt genug Videos, die sinngemäß How to Master Your Song in 10 Minutes versprechen und mit Mastering eigentlich nichts zu tun haben. Dieser Blog ist nichts für die Ungeduldigen, die Schnellen und die Oberflächlichen, sondern für euch, die ihr geduldig drangeblieben seid, die ihr wirklich etwas lernen wolltet und die nicht nur wissen wollen wie, sondern auch warum man etwas macht. Ich hoffe, ich habe eure Erwartungen einigermaßen erfüllt und ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Vielleicht führe ich den Blog irgendwann mit Mix und Recording-Tricks weiter, jetzt werde ich aber eine ziemlich lange und wohlverdiente Pause einlegen. Wir werden Höhe auf und ich habe eine gar nicht mehr und ruhig geblieben. Und ich werde das jetzt machen. Ich werde das jetzt nicht werfen. Ich werde es nochmal kurz mitgliedern. Ich werde es jetzt nicht sehen. Bis dann. Vielen Dank.